Hallo, ich bin Marina Lessig vom Verein Münchner Freiwillige Behelfen. Ich freue mich mit euch am 17. November, diesen Freitag, zu diskutieren, zu Ehrenamt in der Krise. Wie können wir mehr Menschen davon begeistern, ehrenamtlich aktiv zu sein und wie können wir unnötige bürokratische Hürden abbauen, damit es einfacher wird, effektiv zu helfen. Ich freue mich auf euch! Ich freue mich auf euch!